hallo leute es geht weiter bei mass effect 2 wir müssen uns jetzt eine neue mission raussuchen und da habe ich mir heraus gesucht dass wir bei projekt feuergänger weitermachen und zwar habe ich gesehen dass hier zwei verschiedene einträge sind das immer spannend projekt feuergänger nach kartu karo karum to fliegen oder projekt feuergänger nach koran fliegen landen sie auf dem planeten war dann werde hawking ita und suchen sie dr case beobachtungsstation oder nach karlum karum karum to ich krieg's gar nicht über die lippen jakawa kaleston rift und suchen sie eine forstungsstation die dr case im inneren eines aktiven vulkans errichtet hat das klingt spannend ich würde sagen das machen wir und wir müssen uns das jetzt mal merken karl karleston rift jakawa karum to fliegen wir mal hin vielleicht schaffen das andere ja auch noch so wir fliegen zum massenportal und karleston rift da ist es sind wir da richtig ich glaube schon wir haben noch voll volle bestückung bei allen nach jakawa das ist aber ganz schön weit außen so da darf uns nicht großartig verfliegen und dann werden wir hier dankeschön edel starte sonde da ist etwas auf unseren sensoren anomalie geortet forschungsstation im inneren des vulkans auf der planeten oberfläche geortet die datenspeicher der forschungsstation sind noch aktiv und enthalten möglicherweise wertvolle informationen warnung vulkan ist instabil äußerste vorsicht ist anzuraten oha 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 da müssen wir mal gucken was uns das erwartet innerhalb eines vulkans wer ist denn auf so eine nette idee gekommen mein gut es ist immer schön kuschelig warm aber doch ein bisschen ungemütlich auf dauer oder naja das ist lässt sich auch köstlich drüber philosophieren das ist wieder eine service aktion deswegen nämlich die zwei server aus leute mit hallo aha okay da haben wir noch einen punkt vergeben wir nicht und die waffen ich denke mal die passt und wir fliegen wieder mit unserem hammer vielleicht haben sich zu viele leute aktivität hat funktionsfähigkeit der navigation gestört verwenden sie zur ortung der forschungsbasis bitte die manuelle steuerung ok wahrscheinlich haben sich dann zu viele leute gemeldet und haben ihr bedauern ausgedrückt dass es keine keine makromissionen mehr gibt und dann haben sie das hier nachgeschoben mit dem hammer das war nicht so geplant leute ich bin schon länger nicht mehr mit dem ding geflogen deswegen habe ich jetzt da leider die falsche taste gedrückt immer ja ich weiß nicht ob ich da jetzt das verpasst habe deswegen schaue ich dann noch mal nach oben aber sieht man nicht so aus oder sieht nicht so aus da wollten wir rüber oh da scheint es aber auch noch rüber zu gehen sollen wir mal als erstes da rüber schauen ja ich bin unschlüssig aber aber okay 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 ouch joa und jetzt da die evakuierung abgeschlossen oha oha da ist noch was da ist noch was ich könnte jetzt aha da hinten ist eine höhle und da kommen wir rechts hinten vielleicht kommen aber auch links hin mal gucken ähm 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 komm ich da hier irgendwie noch rüber oder ist das jetzt schon vorbei na das müsste doch gehen oder ui ah ich verstehe was er meinte mit instabil äh ich weiß nicht ob ich da rüber komme soll ich es mal versuchen ach ich versuch's mal das äh der hammer ist ja sehr stabil ah sehr schön aha okay ich glaube da da war ich schon das bricht mir jetzt aber nicht unterm Hintern weg oder ich hoffe nicht ich hoffe nicht äh ach so und das andere ist jetzt hier ums Eck oder wie ach da muss ich auf jeden Fall nochmal darüber aber da ist ja noch so eine Zwischenplattform ich versuch's mal mit der so au au wie dann noch nochmal darüber okay und da oh da sehe ich sogar drei Plattformen ist da auch noch eine ich denke ich sehe mal mehr keine aber jawoll das geht wow jawoll alles klar da drüben sehe ich jetzt wirklich keine so so wow seht euch mal die ganze Lava da an okay ah da ist noch einer das ist auch ein lustiger Hinweis da können wir auch noch hoch aber ich würde sagen als erstes schauen wir mal in die in die Basis und gucken uns mal nach den Informationen um die wir da offensichtlich beschaffen müssen ach ja was würde der Cerberus nur ohne uns tun so oh gleich mit gezogener Waffe soll mir das ein nulmiges Gefühl machen zwei Medi-Gel eingesammelt jawohl da ist der Hammer oder Hammer nachdem da 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 unten ist auch Lava ganz lustig eh hm da dampft es schon okay da links ist eine Tür da gehen wir doch mal rein da ist ein Wandsee oh ne ganze 250 Credits jedes kleine bisschen hilft Datenpad benutzen oh Log von Dr. Case Nummer 1 wir haben unter dem Vulkan eine Fundstätte von immenser Bedeutung entdeckt das unkalkulierbare Terrain macht die Beschaffung jedweder Daten höchst riskant okay okay hier keine bösen was weiß ich auftauchen da geht es mal nicht durch ah da sind wir vorhin reingekommen mhm da können wir irgendwelche Sensoren aktivieren Computerkonsole untersuchen ich hatte recht diese Station war eine Art Karte die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt Dr. Oloi und ich sind uns einig dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss ich lasse nicht zu dass so etwas wie Eden Prime noch einmal passiert die Geth die Reaper sie alle sie müssen aufgehalten werden okay sehr dramatisch da kann man was umgehen das machen wir doch auch mal gleich aha die beiden passen zusammen das sind die zwei Pfeilsymbole die zwei Widerstände und die zwei C's das war ja einfach das hätte ich auch im Schlaf geschafft okay was sehe ich hier jetzt aha raffiniertes Iridium kann man hier noch einsammeln das ist schön was haben wir hier oh da ging doch gerade was an oder ah auch ein netter Effekt aber sonst kann man hier wohl nichts machen das war nur um ein bisschen Iridium einzusammeln dann würde ich sagen was haben wir hier Spind öffnen 125 Credits da kann ich Sensoren aktivieren da kann ich Terminal benutzen das mache ich natürlich auch noch alles ausnutzen wir wollen ja in Informationen gelangen Log von Dr. Case Nummer 2 dieser höllische Planet ist eine Sternenkarte die zu einer proteanischen Fundstätte von immenser Bedeutung führt Dr. Oloi und ich haben nur wenige Stunden um so viel wie möglich zu bergen bevor die Bedingungen so gefährlich werden dass wir abbrechen müssen wir haben zu spät herausgefunden dass unser Energieraster die vulkanische Instabilität verstärkt wenn wir nur mehr Zeit zur Untersuchung hätten ich bin sicher dass hier der Schlüssel zu allen Geheimnissen liegt zu allen verfluchter Planet okay okay die Computer-Sinsule da waren wir schon ja dann aktivieren wir doch mal die Sensoren boah Leute die können mich so erschrecken aktivierung des Energierasters der Forschungsbasis hat weitere botanische Instabilität ausgelöst empfehle sofortige Abreise da versuche ich mal den Weg da sind wir ja vorhin schon entlang gegangen da ist unser Hammer der rettende Hammer sozusagen da sind wir raus aus dieser hellen Station hellischer Planet oh da geht's gleich ganz ab ach und jetzt können wir da auch weiter aha okay das ist wirklich nicht mehr oh ouch wow okay okay schnell raus bevor alles nein 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 ja Leute das probieren wir nochmal nicht zur Strafe nur zur Übung aber die darf ich jetzt nicht die ganze Mission nochmal machen sondern ab dem Zeitpunkt wo wir in den Hammer eingestiegen sind das wäre jetzt ganz angenehm hm lädt ganz schön lang ist ja auch ziemlich turbulent das Gelände hier äh was macht was machen wir denn auf der Citadel äh okay Leute ich lade mal den richtigen Speicherstand und dann sehen wir uns gleich wieder bis dann so Leute keine Ahnung was ist gerade los warum der mit dem falschen Speicherstand geladen hat das Citadel sind ja schon seit einigen Parts nicht mehr ui so ganz mit bedacht so und dann muss ich wahrscheinlich da lang ui oh da ist auch nochmal was zum einsammeln versuchen wir das versuchen wir das im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot das Kirmas uiuiui da geh schon durch da geh schon durch das war knapp das war knapp oh man oh man oh man immer so dramatische Sachen hier so pfuh So, jetzt sind wir wieder zurück, Leute, und ich würde sagen, wir stürzen uns gleich in den nächsten Codex-Eintrag zum Thema Organisationen. Einfluss von der Militärdoktrin der Asari und der Salarianer ist Eclipse spezialisiert auf Sabotage, Attentate, Gebäude- und Personenschutz. Im Citadel-Sektor stieß die Firma auf großes Misstrauen, aber im skylianischen Randsektor und den Terminus-Systemen wurde sie rasch sehr beliebt. Von Anfang an strebte Sedaris Verträge mit Regierungen an, um ihren Marktanteil gegen die etablierteren Blue Sons zu behaupten. Eclipse erfuhr einen galaxieweiten Beliebtheitsschub, als sie mehrere Raumstationen von der Anhur-Volksbefreiungsarmee zurückeroberte und deren Anführer eliminierte. Diesen Sieg führt die Marketingabteilung von Eclipse noch heute bei jeder Gelegenheit ins Feld. Eclipse hat seinen Hauptsitz auf Omega und kontrolliert fast 20 Prozent aller Immobilien auf dem Asteroiden. Ihre Dienstleistungen reichen von Meck-Reparaturen bis zum Kriegsvollservice. Attentate jedoch führt die Firma nur durch, wenn sie langfristigen Unternehmenszielen dienen. Profilaktische Erstschläge gegen Piraten sind zum Beispiel gerechtfertigt. Die Ermordung von Ehepartnern wegen der Versicherungssumme hingegen nicht. Trotz zahlreicher anderslautender Berichte leugnet Eclipse Sabotage bei oder Entführung von Geschäftskonkurrenten. Okay, eine Militäreinheit mit Ehre oder mit Prinzipien. Ja gut Leute, ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Mass Effect Teil weiter mit bestimmt wieder einer ganz spannenden Mission. Schaltet ein, würde mich sehr sehr freuen. Also bis dann, ciao. Ciao.